Wir sind hier in meinem geliebten Pillarsital in Fieberbrunn. Ich habe zwei spezielle Gäste, die bei unserem Casablanca-Gewinnspiel mitgemacht haben und die begleite ich heute für ein paar Stunden. Ich bin der Manu, Johanna und Felix. Mit so einem Wetter, glaube ich, werden wir schon Gaudi haben, oder? Auf geht's! Super! Er hat gesagt, er ist Snowboarder. Jetzt müssen wir die Skiführung anschauen, da können sie ein paar noch mal so schauen. Und da, das gehört eigentlich fast so selber, hinten runter. Prost! Auf die Kamera, Leute! Aufs Testigsel! Wir haben einen unglaublich lustigen und coolen Tag gehabt. Ich hoffe, S2 hat es auch Gaudi gehabt. Was sagst du dazu, Felix? Ja, danke. Es war ein super cooler Tag. Ich bin auch immer sprachlos, dass wir da wirklich jetzt neben dir stehen und eine Pisse nach der anderen runterfetzen. Es war mir eine Ehre. Auf die letzte Abfahrt!